Ging ich zum Regisseur nach einer Vorstellung und sagte zu ihm, hör mal, du großer Regisseur, ich möchte bei dir vorsingen. Und da hat er gesagt, ja, was willst du denn vorsingen? Ich habe gesagt, Königin der Nacht möchte ich vorsingen. Er sagt, ach so, naja gut, okay, dann komm, zeig uns mal, was du kannst. Und wir gingen dann auf die Bühne und das war eigentlich schon um 11 Uhr am Abend nach der Vorstellung, also spät, die Leute gingen ja schon, also es war, und die haben trotzdem das Bühnenlicht angemacht und ein Klavier auf die Bühne rausgeschoben und mein Vater kam hin und hat angefangen, mich zu begleiten und ich habe das gesungen und der damalige Regisseur meinte, oh, das ist ja toll, ich mache ja eher eine Kindersendung und das war sozusagen mein erster Auftritt. Ein Wie je znak, da bude mir, da je Fakinko i Mir. So iz mora vadisola, spela, dže svijet znam, Tiho šapčena mataje odmah tu. Untertitelung des ZDF, 2020